Liebe Grüße von der 11. Balloon-Sale auf dem Nordmark-Sportfeld. Von hier aus starten die außergewöhnlichen Heißluftballons aus den verschiedensten Ländern in die Höhe. Am Tag erwartet euch hier ein buntes Programm für die ganze Familie, während an ausgewählten Abenden die Nightlows stattfinden. Bei Feuerwerk und Musik könnt ihr die befeuerten Heißluftballons betrachten. Am Mittwoch, Freitag und Samstag ab 22.30 Uhr könnt ihr die Nightlows sehen. Also, kommt vorbei. Bis bald auf dem Norder.